Mein Name ist Jörg Peil. Ich bin Geschäftsführer der Firma Elektropeil, Robert Peil GmbH mit dem Standort hier in Marburg. Wir beschäftigen uns mit dem gesamten Spektrum der Elektrotechnik und haben ein E-Kangu seit letztes Jahr im März. Mein Name ist Klaus Gärtner. Ich bin seit inzwischen 26 Jahren bei der Firma Peil. Kundendienst ist mein Leben. Das heißt, jeden Tag raus zu kunden und ich brauche ein zuverlässiges Fahrzeug. Das hat funktioniert. Das ist für den Stadtbereich ausreichend. Da kommt man also gut zurecht. Denn es ist ja bekannt, dass eine Reichweite zwischen 80 und 150 Kilometer mit dem Kangu nur notwendig ist oder möglich ist. Es ist zehn Jahre steuerbefreit. Es ist kein Ölwechsel und nur wenig Wartungsaufwand bei dem Fahrzeug nötig. Die Gesamtbetriebskosten liegen circa bei 150 Euro pro Monat bei einer Laufleistung von 15.000 Kilometer im Jahr. Sparsam ist das Fahrzeug dahingehend, dass circa eine Tankfüllung, mit der ich 100 Kilometer fahren kann, drei Euro kostet. Und wahrscheinlich vielleicht sogar noch eher ein E-Fahrzeug dazunehmen, wie ein Benziner.